Wenn du dir dieses Video anschaust, dann ist vor kurzem auf dem Kanal hier ein Video zu diesen fünf verschiedenen Reifenpflegen von Soft99 erschienen, das 50 Minuten lang dauert, wo ich mir alle fünf Produkte wirklich sehr genau angeschaut habe, wie man sie am besten anwendet, wie das Finish auf dem Reifen ist und so weiter und so fort. Jetzt gibt es aber wahrscheinlich Leute von euch, die schlichtweg keine Lust haben, sich ein 50-minütiges Video anzuschauen. Sebastian ist einer davon und deswegen hat er mich darum gebeten, dass ich doch nochmal eine Kurzfassung mache, wo ich euch versuche, so kurz, knapp und knackig wie möglich, die Unterschiede von diesen fünf Reifenpflegen darzustellen und genau deswegen machen wir das jetzt auch. Wir starten mit dem 4X Tire Cleaner. Der heißt zwar 4X Tire Cleaner, also Reifenreiniger, das ist aber ein Reiniger und eine Reifenpflege in einem. Man könnte also sagen, das ist was ähnliches wie das Gion Tire Express. 4X, deswegen, weil hier hinten stehen vier Sachen drauf, der reinigt die Reifen, der frischt sie auf, der hat einen langen, haltenden Effekt und der hat auch einen schmutzabweisenden Effekt. Die Anwendung ist mega simpel. Ihr sprüht euch das Produkt, weil das ist eine Aerosoldose und ungefähr 10 cm Abstand auf dem Reifen auf und danach seid ihr grundsätzlich fertig, wenn ihr ein extrem nassglänzendes Finish haben wollt. Es kann aber sein, dass ihr noch Produktüberstände habt und deswegen würde ich persönlich euch empfehlen, wischt da nochmal nach, dann erhaltet ihr auch ein absolut wunderschönes, sauberes, seidenmattes, dunkles, schwarzes Reifenfinish. Und wenn man jetzt noch bedenkt, dass diese Flasche hier knappe 12 Euro kostet, dass sie mega ergiebig ist, dann kriegt man hier schon ein wirklich, wirklich toll funktionierendes Produkt. Wie gesagt, mein ganz klarer Tipp, ich würde es nicht einfach aufsprühen und trocknen lassen, weil es trocknet nie ganz komplett ab. Ich würde immer nochmal mit einem Tuch nachwischen. Dann habt ihr hier aber ein wirklich, wirklich schönes Produkt. Kritisch muss man anmerken, ihr habt hier ein Flammbarkeitswarnsymbol drauf. Das heißt, ihr solltet hier das vielleicht nicht zusammen mit einem Feuerzeug oder in der prallen Solle anwenden und es auch nicht unbedingt im brennend heißen Auto stehen lassen. Wenn ihr das aufsprüht, habt ihr immer, das ist immer bei diesen sprühbaren Reifenpflegen, so ein bisschen was, was euch auf der Felge landet. Da müsstet ihr dann auch nochmal nachwischen. Auf der anderen Seite kann man das dafür wieder auf dem nassen Reifen direkt anwenden. Das ist der 4X Tire Cleaner. Dann haben wir das Dye Gloss Jira Edge. Bei diesem Produkt ist eine Sache besonders, nämlich, dass hier ein Applikator schon fix integriert ist. Das heißt, ihr tragt euch das auf dem Reifen auf, indem ihr das auf die Reifenflanke drauf drückt, dann hier hinten an der Flasche ein bisschen drückt, dann kommt hier zentral durch ein Löchchen ein bisschen Reifenpflege raus. Deswegen mein ganz klarer Tipp, drückt das auf dem Reifen auf und dann geht ein bisschen hin und her, weil erst dann habt ihr auch Reifenpflege hier an den Rändern und dann könnt ihr das direkt hier mit diesem Applikator verteilen. Riesengroßer Vorteil, weil man keinen zusätzlichen separaten Reifenpflegeapplikator braucht. Vom Finish her, wenn ihr das auftragt und nicht nachwischt, ist es ganz klar eher auf der glänzenden Seite. Wenn ihr nachwischt, dann sind wir im Seidenmatten. Egal wie ihr es macht, ihr habt auf jeden Fall eine schön starke Farberfrischung. Ich persönlich würde euch tendenziell empfehlen, wischt lieber nach, weil ich habe es bei keinem Reifen, wo ich es ausprobiert habe, die waren von Michelin und von Continental, geschafft, dass das hier komplett abgelüftet ist, wenn ich nicht nachgewischt habe. Ansonsten, tolles Produkt, kann man nicht viel sagen. Dann das Soft 99 Tire Black Wax. Das ist ein Wachs, ein pastöses Wachs und zwar zeige ich euch das kurz. Das kommt in dieser typischen Soft 99 Dose daher. Könnt ihr mit dem Deckel auch öffnen. So, und dann ist das ein pechschwarzes Wachs. Das tragt ihr euch ebenfalls mit dem beiliegenden Applikator, der ist im Deckel drin, auf, geht da rein, verteilt das auf dem Reifen, dann habt ihr das geschafft. Also auch hier braucht ihr keinen zusätzlichen Reifepflegeapplikator. Was ich persönlich sehr cool finde, wenn unseren Hersteller quasi ein fix fertiges Paket an die Hand gibt und wir uns nicht noch überlegen müssen, naja, welchen Applikator nehme ich denn jetzt. Nachteil, weil das ein pechschwarzes Wachs ist, ich habe es jetzt ein bisschen an den Fingern, tragt hier wirklich Handschuhe. Ich meine, generell bei solchen Produkten würde ich euch empfehlen, tragt lieber Handschuhe, aber bei solchen, die halt wirklich pechschwarze sind, auf jeden Fall und ihr solltet auch darauf achten, dass euch dann nichts auf die Kleidung kommt. Vom Finish her ist das das pure Gegenteil von den zwei Produkten hier, nämlich absolut matt. Und zwar so matt, dass wir jetzt nicht anfangen müssen zu streiten über die Definition von matt, weil manchmal sagt der eine, das ist matt, der andere sagt, das ist eher seidenmatt. Hier gibt es keine Diskussion. Das ist einfach nur matt. Richtig, absolut pures matt. Es ist ein sehr edles, ein sehr feines Finish. Es dunkelt auch definitiv ab, aber natürlich, weil es sehr matt ist und weil es ein Wachs ist, nicht so stark wie diese anderen Produkte hier. Dafür habt ihr hier den ganz klaren Vorteil, das erzeugt mit Abstand, also wirklich mit deutlichem Abstand die beste Hydrophobie auf dem Reifen unter diesen fünf Produkten hier, falls euch so etwas wichtig ist. Vom Preis her 20 Euro für diese doch recht große Dose und mit der hier wahrscheinlich kommt ihr ein Reifenleben lang oder sogar vier bis fünf Reifenleben damit aus. Hier hatte ich den Preis vergessen zu nennen beim Dye Gloss Jira Edge 16,50 Euro. So und dann haben wir noch diese zwei Pakete hier. Das ist einmal das Pure Shine Tire Coating und einmal das Black Black. Bei beiden ist so eine kleine Flasche dabei. Das ist das effektive Reifendressing oder die Reifenpflege. Und bei beiden sind jeweils zwei zusätzliche Applikatoren dabei. Diese beiden Packungen kosten 20 Euro. Jetzt könnte man sagen, das ist relativ viel Geld, weil man ja nur wenig Produkt kriegt. Ja, aber wie gesagt, man kriegt ja auch zwei Applikatoren dazu. Jetzt muss man sagen, ja, es ist cool, dass bei allen diesen Produkten man kein zusätzliches Material braucht, weil hier die Applikatoren schon dabei sind. Aber kritisch anmerken muss man insbesondere beim Dye Gloss und beim Black Black, dass wenn ihr stark strukturierte Reifenwände habt, also wo Schriftzüge, Rillen und insbesondere halt diese ganz engen Rillen, diese typischen Rillen drauf sind, dann ist es mit dem und mit dem sehr schwierig in diese Vertiefungen, in diese Strukturen hier reinzuarbeiten. Beim 4X ist es vergleichsweise einfach, weil ihr das hier aufsprüht und dann nur nochmal nachwischen müsst. Das geht easy. Beim Wax muss man auch sagen, mit dem Applikator, der hier dabei ist, geht das sehr, sehr gut. Und beim Pure Shine Tire Coke geht das sehr gut, weil das von der Konsistenz her sehr angenehm ist und die Applikatoren da gut funktionieren. Es ist cool, dass man hier diesen gebogenen Applikator dabei hat, aber der kommt nur relativ schwierig in diese Vertiefungen, in diese Rillen rein und das Gleiche gilt hier für diese Applikatoren. Das muss man schon noch kritisch anmerken. Vom Finish her unterscheiden sich die zwei deutlich. Das Pure Shine Tire Coating ist eher auf der Seidenmatten Seite, wenn man es nicht nachwischt mit einem Tuch. Wenn ihr mit einem Tuch nachwischt, seid ihr ganz klar auf der Seidenmatten. Manche würden wahrscheinlich sogar eher sagen matt, aber wir sind nicht so matt wie beim Tire Black Wax. Das Verteilen geht vom Pure Shine Tire Coating extrem einfach unter den Reifenpflegen, die man halt verteilen muss. Innerhalb vom Soft 99 Sortiment, aber auch verglichen mit anderen, von anderen Herstellern extrem einfach. Und diese Applikatoren hier für die Reifenpflege, die sind fantastisch. Die würde ich mir auch besorgen für andere Reifenpflegen. Die gibt es auch separat zu kaufen. 20 Euro wie gesagt und ich würde auch tendenziell sagen, das ist mitunter eine der am längsten haltenden Reifenpflegen. Achtung, ich sage nicht, dass das Monate hält. Sowas dürfen wir auf Gummi- oder Reifenoberflächen schlichtweg nicht erwarten. Es ist aber vergleichsweise relativ langanhaltend. Das Black Black ist anders. Das merkt ihr schon beim Verteilen. Das ist nicht weiß und so ein bisschen ölig wie das hier. Das ist komplett transparent. Und es lässt sich, muss man kritisch sagen, deutlich schwieriger verteilen als das Pure Shine Tire Coating. Das Black Black hat auch mehr Sicherheits- und Warnhinweise als das Pure Shine. Das Pure Shine hat meines Wissens keine. Das Dye Gloss auch nicht. Das Tire Black Wax hat ein paar wieder. Damit ihr da auch Bescheid wisst. Also verteilen ist mit dem Black Black schwieriger. Dafür habt ihr den mit Abstand stärksten Abdunkelungseffekt. Der Reifen sieht mit dem hier wirklich, wirklich satt schwarz aus. Aber tendenziell auch und vergleichsweise stark glänzend. Nicht so stark glänzend wie mit den beiden, wenn ihr hier nicht nachwischt. Aber glänzender, als wenn ihr bei den beiden hier nochmal nachwischt. Das heißt, ihr habt hier wirklich komplett die Auswahl und ein riesengroßes Spektrum zwischen komplett matt, komplett glänzend, seidenmatt und so weiter und so fort. Beim Black Black muss ich aber noch dazu sagen, da habe ich es definitiv nicht geschafft. Auf den Reifen, wo ich es angewendet habe, dass es komplett abgelüftet ist. Es war immer ein leicht feuchter, öliger, schmieriger Film noch auf dem Reifen sichtbar. Auch wenn man hier nachwischt. Das sollte man bei dem Produkt hier definitiv noch wissen. Und die zwei Applikatoren, die hier beiliegen, ihr seht, das sind so typische Coating-Applikatoren. Da bin ich nicht so ein großer Fan davon, weil es ist cool, dass die beiliegen. Die kosten in dem Sinn nichts extra hier. Aber ich persönlich fand und finde, dass die hier deutlich besser funktionieren. Auch mit dem Produkt. Habe ich nämlich noch gemischt und ausprobiert. Das hat deutlich besser funktioniert. Also das sind einfach die besseren Applikatoren. Von der Hydrophobie her habe ich schon gesagt, mit Abstand das beste, schönste Abperlverhalten hat das Tire Black Wax. Danach folgt aber schon mit deutlichem Abstand das Black Black. Und beim 4X, beim Dira Gloss und beim Pure Shine Tire Coating, da würde ich jetzt kein überragendes Abperlverhalten erwarten. Es ist bei den beiden zumindest eines da. Der 4X Tire Cleaner hat aus meiner Sicht kein ausgeprägtes Abperlverhalten. Preislich haben wir es schon gesagt. 12 Euro, 16 Euro, 20, 20 und 20 Euro. Mit Abstand am mattesten das Tire Black Wax hat aber auch die geringste Abdunkelung. Es ist aber eine Abdunkelung da, definitiv. Ich glaube, hier sieht man die Kante relativ deutlich. Danach ist das Pure Shine Tire Coating das, was danach kommt, was auf der Seiden-Matt-Testen-Seite ist. Das Black Black ist ein kleines bisschen glänzender. Das Dye Gloss kommt definitiv danach, vom Glanz her. Und wenn man den nassesten, extremsten Glanz will, dann den 4X Tire Cleaner. Der braucht aber auch am längsten, um komplett abzulüften. Hier das Tire Black Wax. Ich persönlich finde das halt ein richtig schönes, edles, mattes Finish. Und ich glaube, auf bestimmten Reifen sieht das halt wirklich stark aus. Danach hier das Black Black. Und da daneben gleich das Pure Shine. Und jetzt seht ihr auch, was ich vorher gemeint habe. Wenn man wirklich nebeneinander guckt, sind sie leicht anders im Finish. Und das Black Black dunkelt ein bisschen stärker ab und ist ein kleines bisschen glänzender. Und dann haben wir halt das Dye Gloss, was definitiv stärker glänzt. Und dann haben wir den 4X, der halt wirklich, wirklich, wirklich nass glänzend ist. Also das ist mit Abstand der stärkste und der extremste Glanz hier von den fünf. Und damit wisst ihr eigentlich nun alles, was ihr zu wissen braucht. Schnellste und einfachste Anwendung und auch einen sehr starken Glanzgrad, der 4X Tire Cleaner, wenn ihr nicht nachwischt. Ich empfehle euch nachzuwischen. Dann habt ihr hier ein schönes, sattes Seidenmatt. Auch eher auf der glänzenden Seite das Dye Gloss mit diesem coolen, integrierten Applikator. Absolut matt und eine starke Hydrophobie. Das Tire Blackworks und sehr ergiebig halt auch, weil es in Wachsform daherkommt. Das Pure Shine Tire Coating, Seidenmatt, relativ langanhaltend, keine starke Hydrophobie. Das Black Black, extrem starke Abdunkelung, Auffrischung, einigermaßen schöne Hydrophobie. Vom Auftrag und vom Anwenden her ein bisschen mühsamer als die anderen. Jetzt seid ihr bestens ausgestattet und wisst, wie ihr euch hier zwischen diesen 5 Reifenpflegen entscheiden könnt. Wenn dieses kürzere Video für euch ebenfalls aufschlussreich, hilfreich, spannend und interessant war, würde es uns sehr freuen, wenn ihr uns einen Daumen nach oben da lasst. Unterstützt den Kanal gerne auch mit dem kostenlosen Abo und schaltet zum nächsten Video wieder ein. Servus! Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.